Untertitelung des ZDF, 2020 Ludmilla Cerina, die internationale Schauspielerin und Tänzerin als Prinzessin Pulcheria. Eine Frau, die sich dem Dekadentenhof von Konstantinopel entgegenstellt. Theodosius muss abdanken oder er muss sterben. Und ihr werdet statt seiner regieren. Rita Game als vollblütige Hundenprinzessin. Nein! Mit deiner Erlaubnis! Lass mich los! Lass mich los! Ich brauche eine kleine Abkühlung! Nein! Bist du es, der meine Tochter verwandelt hat? Die Tochter des großen Attila ist nicht so blutdürstig wie ihr Vater, der nur zerstören kann. Ein Film, den Sie sehen müssen. Lassen Sie sich mitreißen von dem Anblick der heidnischen Flut, die Europa verheerte. Bachantische Feste der Römer und grausame Metzeleien der Hunden. Es gibt nur einen Gott, der uns zum Siege führen kann. Und das ist sein Zeichen! Die eindrucksvolle Begegnung zwischen Attila und Papst Leo vor den Toren Roms. Die Eindrucksvolle Begegnung zwischen Attila und Papst Leo vor den Toren Roms. Die Eindrucksvolle Begegnung zwischen Attila und Papst Leo vor den Toren Roms. Die Eindrucksvolle Begegnung zwischen Attila und Papst Leo vor den Toren Roms. Die Eindrucksvolle Begegnung zwischen Attila und Papst Leo vor den Toren Roms. Die Eindrucksvolle Begegnung zwischen Attila und Papst Leo vor den Toren Roms. Die Eindrucksvolle Begegnung zwischen Attila und Papst Leo vor den Toren Roms. Die Eindrucksvolle Begegnung zwischen Attila und Attila und Toren Roms.